Hallo und Willkommen zurück! Wir haben hier jetzt gerade das Lied. Das ist nur der Anfang des Liedes eigentlich. Das Intro! Es spielt immer noch, obwohl man nichts hört, aber egal. Ich hab's da richtig gesehen. Hier unten ist Geld! Wow! Komm doch, komm doch, komm doch! Ich hab's da richtig gesehen! Okay, dann muss ich hier hoch. Und zu dem Kleingehen und ihn beruhigen! Ja, ja, wir sind sehr nett, wir sind sehr nett. Ja, ja, wir sind sehr nett, wir sind sehr nett. Oder? Ops! 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 Oh... Das ist das Passwort, wo da� канале kommst! Ein bisschen blöde. Blöde, öde. Und das Kind schriert immer noch Und das Kind schreibt ja immer noch Aber immer noch... Immer noch... So... Es hält eine fettante Piep... Ja, anstatt ein Papa Vogel... Sungen und so... Und der sagt das jetzt und so weiter... Also... Da 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 da... Da da da... Da 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 da... Da 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 da... Da 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 da... Da... Hast du ein chronisches Lübellied gespielt? Ach doch das schon... Das hat sich aufgehellt... Ich denke zu vieles hängt sich auf... Aber egal... Wie jetzt noch ein bisschen... Musik... Extrem realistisches Mund... Und jetzt sieht er auch ein bisschen... Komisch aus... Naja... Und... MP3 Absolutweise... Hier... Und... Gute Nacht! Und zwar Phil Z... ZZZZZZZZ... Und jetzt... Schnell, ich schaffe es! Vielleicht auch nicht, aber ich versuche es zu schaffen. So, immer wenn man bei einer Feuerstelle angekommen ist, dann wird die Fockel wieder neu gemacht, sozusagen. Und deshalb muss man nicht die ganze Zeit das Schwert ziehen, damit man den Sparen kann. Früher habe ich mir gedacht, das wäre so. Man kann sich ja auch täuschen. Und der letzte... Und der Dinghubel hat sich begonnen zu bewegen, und es brennt sogar. Sie haben noch Kalt. Aber die haben nichts mehr ungeheuer lange. Lange Kalt. Aber naja... Au! So. Und jetzt muss ich erneut dann diese Dinge zerstören. Und hoffentlich ist es gerade das Richtige. Es ist nicht das Richtige. Welches das Richtige ist, das werden die bald erfahren. Ja, ich habe das noch erfahren. Ja, ich habe das noch erfahren. Ich habe noch mehr als genügend Zeit. Und... immer noch so falsch. Ich hoffe, es ist nicht das letzte wie sonst immer. Weil das letzte ist... auch noch, dass es das was am schwierigsten ist, zum holen. Oh, kein Stein. Ups. Ach. Wo ist denn hier der Ausgang? Ich bin sehr ungeschickt. Ich bin sehr ungeschickt. Aber früher ist es besser gewesen. Heute habe ich das irgendwie verlernt. Oh, du bist das! Nein, das ist auch nicht. Ich bin sehr ungeschickt. 5, 4, 3, 2, 1, Go. Oh, verdammt. Verdeammn! Boah, ich darf es hochzukommen. Aber du, wie ist das? Ah, nein, keine Energie mehr. Das war gemein. Und zwar so richtig. Das sollte sich ja gerade gewöhnt sein, dass die Game-Welt sehr gemein sein kann. Oh, oh. Nein. Nein, nein. Fuck, Energie. Genau das, was ich brauche, sonst würde ich das gleiche wieder passieren. Doink, doink. Nein. Dieses Mal aber bist du dran. Ja, das Richtige. Es ist Fleisch. Einfach ein Stück. Kein Stück, kein Stück Scheiße. Ein Stück Fleisch. Und wie lange habe ich es damit verbracht, dieses Fleischstück zu bekommen? Ewig lange. Aber es ist kein normales Fleisch. Es soll so ein spezielles Fleisch sein, das die Geronen sehr gerne haben. Und hier komme ich. Ja, ich habe es. Ach, nimm das doch. Er muss jetzt den langen Weg nehmen. Mit langen Weg meine ich den langen Weg. Daneben. Ach, nimm das doch. Ich treffe so schlecht. Jetzt bekommen wir eine Masse. Mit dieser Masse können wir uns einen Herztal holen. Wenn er eine extrem übertrieben schwierige Aufgabe ist. Jetzt sagen wir das. Ich werde wahrscheinlich nicht alle Herzteile holen. Ich werde viele Herzteile, aber nicht alle. Da ich nicht einmal weiss, wie man alle holt. Au. Aber Masken werde ich alle holen, damit wir die geheime Maske bekommen. Gut, geheime Maske. Aber naja. Wenn ich auch bis so weit komme. Ich habe mich nicht mehr auf der anderen Seite. Auch da hinten ist er. Man sieht ihn zwar noch nicht, aber da ist er. Jetzt sieht man ihn. Und er hat geholt. Und er hat. Wow, 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 wow. Hier oben, hier oben. Verzeih, dass ich dich von hier oben raus belästige. Aber ich bin sehr ruhig und sitze hier fest. Ja, hier. Das ist es, glaube ich, aber so ist ein Traum sein. Das ist feinste Dodongo Selsenfilet. Familiengeschichte, gesegnet seit dieser Mahlzeit. Und er verschlingt es sehr schnell. Und er riss wieder zurück. Seine Lebensenergie. Und er holt jetzt nach Hause. Zu seiner Mami. Wenn er überhaupt noch eine hat. Ich will jetzt weichelbliche Runde runden. Das ist wahrscheinlich so wie bei den Zwergen und Herr der Ringe. So, hier kommen wir jetzt immer und immer wieder zurück. Durch dieses spezielle Lied. Ach, komm, geh einfach hier hin. Du musst ja nicht dringen. So, geht doch. Okay, schaffe ich das? Ohne einmal runter zu fallen. Uah. Komm schon. Ich schaffe es. Ja, ich habe es geschafft. Und hier hinten ist Piki Birnia. Und was ist denn das? Ein Sturm? Und hier hat es wieder eine Eule. Das ist ein Sturm. Komm schon. Was ist das? Irgendwas ist in der Mitte dieser Schneeschance. Kannst du es nicht sehen? Okay. Man kann es nicht sehen. Und was heißt das? Ja, genau. Wir müssen die Ukraine benutzen. Nein. Oh mein Gott. Eine riesen Korone. Der, soviel ich weiß, niesen muss. Weil er... Ach, falsch. Okay, man weiß ja schon von der Musik, dass man das benutzen muss. Aber nur weil der Idiot hier niesen muss, kommt man einfach nicht hier durch. Oh nein. Aber dafür gibt es ja. Haben wir das neue Glück gelernt? Oh mein Gott. Macht diese Fledermaske gerade Angriff auf mich? Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht. Und er fällt runter und stirbt zu einem grausamen Todes. Nein, er lebt noch. Leider. Und er ist gemein. Ich bin gemein. Boi. Hoffentlich schaffen wir es wieder dort oben. Ja, und hier ist der neue Tempel. Ja, gerade noch Energie bekommen. Juh, so eine kleine Kugel. Oh nein, mein Gott, nein. Oh nein. Oh nein. Okay. Gut. Nervet mal ein bisschen langsame. Oh, hier haben wir eine Fee bekommen. Ach ja, vielleicht kann ich das auch noch sagen. Bei jeder solcher Eulen-Statue gibt es ein eine Fee. Oh mein Gott, ich schaffe das nicht mehr. Ich habe es gesagt, ich schaffe das nicht mehr. So, einfach hier. Langsam. Hochholen. Und Sabtiker. Und. So. Hier ist der neue Tempel. Und ich muss Schluss machen. Also sage ich hier. Ich werde die Zeit zurückstellen und dann werde ich nochmal hier hingehen. Also bis zum nächsten Mal.